Ja, mega und voll gut, dass du dabei bist zum Video über die Schritte zur Einführung von Scrum. Du möchtest Scrum ausprobieren, du möchtest es einführen, dann solltest du unbedingt die folgenden Schritte im Kopf haben und vor allen Dingen mit in diesen reflektieren und sie als Leitplanken bei dir verändern. Es ist oft nicht leicht, sich auf die wirklich wichtigen Schritte zu fokussieren und deswegen findest du hier die wichtigsten Schritte, die du durchlaufen und vor allen Dingen reflektieren solltest und das in deinem Umfeld. Denke dran, Scrum ist ein Framework, keine Methode oder kein Prozess und kann deshalb nicht einfach so gemacht werden. Du musst Scrum anwenden, auch vielleicht mal unperfekt und reflektieren, um es meistern zu können und damit zu lernen. Schritt Nummer 1, erwerbe erstmal das notwendige Wissen, was Scrum überhaupt ist. Schaue dir das agile Manifest an. Verstehe den Scrum Guide, hab mal ein Training gemacht und vor allen Dingen beginne mit der Reflexion, mit dem Erfahren von Empirie über Praxis und Realität. Verstehe auch dein Warum. Warum willst du eigentlich Scrum machen? Warum glaubst du überhaupt, es könnte dir helfen? Und warum nutzt du schlichtweg was anderes? Du solltest auf die Fragen gute Antworten haben und auch mit Scrum führen wollen. Das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und vor allen Dingen auch mit gutem Beispiel voranzugehen. Schritt Nummer 2, schule bitte immer dein Team. Frage dich auch hier zuerst, warum glaubst du, dass dein Team Scrum machen möchte? Stelle dich der Diskussion und gebe Raum zum Erforschen und vor allen Dingen auch zum Ausprobieren von Scrum. Du solltest hier dein Team nicht überzeugen, sondern ihm einfach Perspektiven schenken, dass sie ihr Warum selbst erkennen und intrinsisch hinter der Entscheidung für Scrum stehen. Gib vor allen Dingen Raum für Simulationen, für Open Spaces und Möglichkeiten, mit Scrum ausreichend zu experimentieren und zu reflektieren. Schritt Nummer 3, die Scrum Rollen definieren bzw. die Verantwortlichkeiten. Wer übernimmt welche Verantwortlichkeit und warum genau diese, stellt vor allen Dingen sicher, dass in jeder Rolle Kompetenz steckt und jede Verantwortlichkeit auch richtig belegt ist. Schritt Nummer 4, das Product Backlog erstellen. Welche Anforderungen und Wünsche gibt es überhaupt zu erfüllen? Zu Beginn steht genau dieses Füllen des Product Backlogs. Der Product Owner ist hier im Lied. Schritt Nummer 5, Sprints planen. Halte als Product Owner Product Backlog Items mit dem klaren Was bereit. Das Team, das bestimmt es wie. Schließlich sind sie die Experten. Die Menge der Arbeit, das bestimmen bitte immer die Entwickler, die im Sprint umgesetzt wird. Schritt Nummer 6, Daily Scrums durchführen. Überprüfe täglich den Fortschritt im Daily Scrum auf das Sprintziel. Entwickler nutzen hier jegliche Form oder Technik, die ihnen hilft, den Fortschritt auf das Sprintziel zu fokussieren. Sie können dafür auch die folgenden Fragen nutzen, die jetzt nicht mehr Pflicht ums Sprintziel sind. Was habe ich gestern für das Sprintziel getan? Was werde ich heute für das Sprintziel tun? Was behindert mich uns auf dem Weg zum Sprintziel? Wenn du Führung brauchst, nutze diese Fragen. Schritt Nummer 7, die Sprint Reviews durchführen. Achte immer auf interaktive Vorstellungen und erlebbare Produktinkremente zwischen Entwicklern, Product Ownern und Stakeholdern. Schritt Nummer 8, die Retrospektive nutzen. Finde echte Verbesserungen, damit Zusammenarbeit und Prozesse bei dir und deinem Team echt großartig werden. Und letzter Schritt, Schritt Nummer 9, praktiziere, reflektiere, experimentiere und denke dran, die Reise ist lang und das Ziel wird nicht über Nacht erreicht sein. Wenn du denkst, du bist am Ende, dann starte einfach erneut. Das war es hier, vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Video. Dein Sebastian Dein Sebastian